Siebel, ein rustiger Rüsselkäfer. Tja, ich hab keine Zeit, kleiner Käfer. Kackse, Tüschi! Kackse, Tüschi! Kackse, Tüschi! Kackse, Tüschi! Kackse, Tüschi! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du brauchst ein Himmelsfahrzeug, um diese Zone zu betreten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Taifunismus wurde vertrieben und der Himmel ist klar, wirklich ein Wunder in meiner Zeit Untertitelung des ZDF, 2020 Stufenaufbiegen! 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 Und dann kriegst du Geist. Unbesiegbarkeit. Mein Sondersammlerschlück kriegst du nicht. Unbesiegbarkeit. 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 Äh, bitte, Lord Chaos! Sei doch vernünftig! Natürlich, weißt du. Es wird immer solche geben, die deiner Großartigkeit im Wege stehen, Chaos. Du hast recht! Du hast mich immer zurückgehalten, Glammshanks! Und jetzt weiß ich wieso! Aber damit ist jetzt Schluss! Ist das klar? Glammshanks! Du bist gefeuert! Danke, dass du uns hilfst, Pomfrey. Es ist eine Ehre, dich kennen zu lernen. Ich kenne all deine Bücher. Okay, das reicht jetzt, ein Schmeichelreich. Juhu, er ist nur ein Autor und niemand Berühmtes. Hör zu, Pomfrey. Du könntest die fehlenden Informationen haben, die wir brauchen. Also raus damit. Na klar. Der Lichtkern der Alten hält die Finsternis in Schach. Aber ich habe entdeckt, dass er niemals vollendet wurde. Er sollte eigentlich nicht als Schild fungieren, sondern als Waffe, die die Finsternis besiegen sollte. Um ihn zu kompletieren, musst du das fehlende Teil finden, das Auge der Alten. Nur dann kannst du das wahre Potenzial des Lichtkerns entfalten. Was ist das? Was ist los? Was trägst du da? Weg damit! Sofort weg damit! Go! 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 Mein Freund, du hast einen Träugel von Papa, Piep Mats. Das ist nicht einfach ein Träugel? Das ist Clumshanks! Finde besser raus, was der hier treibt, Skylander. In der Zwischenzeit glaube ich, dass Pomfrey mit ihr reden sollte. Wir sehen uns. Go! Also, hi, ich weiß, das sieht nicht gut aus. Das hast du gut erkannt, du apfelpolierender Treu. Da haben wir wohl einen von Chaos Spionen. Und was machen wir mit Spionen? Äh, wen von uns, fragst du? Hör zu, Meister, ähm, Buzz, Sir. Ich bin kein Spion von Chaos oder sonst was von ihm. Nicht mehr. Er hat mich gefeuert. Spare dir die traurige Geschichte für jemanden, der Taschentücher dabei hat, Sohn. Meine Ninja-Agenten sind auf dem Weg hierher, um dich in Ketten zu legen und auf dem Nächstbesten schwebenden Felsen abzusetzen. Das können wir ihm nicht eintun, Buzz! Das wäre grausam, ungewöhnlich und gemein! Und wenn er die Wahrheit sagt? So, das tue ich. Danke sehr, Miss Max. Ich habe sogar dieses Friedensangebot dabei. Gut, du kannst erst mal bleiben. Ich will es nur nicht bereuen, mein Sohn. Bereite diesen legendären Schatz vor, Pronto. Ich will sicher gehen, dass das keine Falle ist. Wähle einen legendären Schatz aus deinem Inventar. Ausgezeichnet, dein legendärer Schatz ist jetzt platziert. Bei vielen legendären Schätzen gibt es geheime Interaktionen zu entdecken. Du kannst legendäre Schätze überall in der Akademie platzieren. Genau so wird es gemacht. Du solltest mal mit Meister Ion reden, Skylander. Wir müssen immer noch dieses Auge der Alten finden. Wir müssen immer noch dieses Auge der Alten finden. Das Auge der Alten gefunden haben. Leider ist es momentan im Besitz eines Riesentitanen. Eine gewaltige Kreatur unberechenbarer Kraft. Um ans Auge zu kommen, musst du diese Kreatur besiegen. Aber um einen Titanen zu bekämpfen, musst du ein Titan werden. Nur mit dem kolossalen Kern können wir an die Kraft des Titanen gelangen. Und der befindet sich im Besitz eines deiner alten Gegner, Klack. Und er hat weniger edle Absichten damit. Du musst zu Klacks geheimen Hauptquartier gehen und ihm den Kern abjagen. Suche Flynn, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Klack, du heißt Captain Klack, der Obervogel des größten Frittierhündchen-Imperiums der Skylands. Das wird die beste Vision aller Zeiten. Können wir sofort aufrechnen? Ja, köpf Lamb, wie der fifteen? Ja, proie ich wohin.